Begebe dich nun in die Stellung des Kindes. Komme mit der nächsten Einatmung nach oben in den Fersensitz. Setze dein Gesäß zwischen deine Fersen. Mit der nächsten Ausatmung legst du deine Hände auf deine Fußsohlen, gleitest mit deinem Kopf nach hinten und setzt ihn sanft auf dem Scheitel auf. Es sollte kein Gewicht auf dem Kopf lasten. Po-Muskeln und Beckenboden sind kräftig angespannt. Atme tief. Hebe deinen Kopf und lege nun deinen Rücken ganz auf dem Boden ab. Der Diamant Subdha Vajrasana Spüre die Freiheit im Brustkorb. Subdha Vajrasana entwickelt die rückbeugende Flexibilität und öffnet das Herz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komme nun ganz langsam zurück, lege deine Hände wieder auf die Fersen und setze vorsichtig den Kopf auf. Nehme hier noch ein paar tiefe Atemzüge und gleite dann langsam zurück nach oben. Lege deine Hände in Namaste und spüre einen Augenblick nach. Komme, 2018 Komme, 2018 Je Center für funk, 2018 K病, 2018 Kine Z雨, Vajrasana Wajrasana Wajrasana Du Wajrasana Bereits